Morgen ist es soweit, morgen ist Heiligabend. Und um darauf noch etwas vorzubereiten, gibt es heute noch drei Packungen Sturm am Firmament am Pokémon-DG Adventskalender. Der komische Typ auch mit Sprachfehler aus dem letzten Part ist weggegangen. Der hat nämlich nur, wie er selber gesagt hat, Flugvögel und Schleim gezogen. Und heute übernehme ich das Ganze wieder. Das ist nie komisch, Schuppet. Hydropi, noch ein 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 Hydropi. Ach so, das sind dieselben. Wieder ein tanzender Vogel, ein komisch gezeichnetes Jupiter, Mars-Royal, Militier und vielleicht wieder eine gute Rare heute. Wie sagt er heute? Heute? Jawoll, thank you, Liz GX. Am 23. beginnt es also nochmal gut. Aber es fehlt immer noch die Secret Rare. Werde ich in diesem Adventskalender eine bekommen? Es wird knapp. Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Als ich heute in dieses Spiel reingegangen bin, wurde mir gesagt, dass diese Karte fürs Erste nicht mehr im Spiel ist wegen Bugs. Okay, und die Rare diesmal ist vielleicht auch wieder was Gutes. Mh, Verteidigungs-Deoxys mit einem echt coolen Artwork, aber nicht so besonders. Aber hier der Hintergrund gefällt mir. Polarlicht, Vulkan, Feuer. Läuft. Und weil ich aus Versehen letztes Mal die Aufnahme abgebrochen hab, seh ich jetzt heute sogar mal, wie lang die Folgen ungefähr sind. Also ungefähr zweieinhalb Minuten vermutlich. Nur eine Rare. Dann wird diese Folge wohl nur das Tangulist behinhalten. Funfie, Muscha, äh, oh scheiß genau, Perlu. Eneko, Kindwurm, Negank, Nofensas, Notgüttel, Letzte, Chancetrank. Halle, 120, wenn man den 30 oder weniger erlebt hat, nennt's doch gleich Cola. Ein Freundesball, Choreo, und die letzte Rare für heute ist... Ein fetter Ball. Ja, dann morgen kommen all diese Packs. Wir sehen uns.